Was uns bewegt? Die Krone macht's zum Thema. Diesen Sonntag alles Gute Udo Jürgens. Zum 80er die Geschichte eines Lebens zwischen künstlerischen Höhenflügen und Wehmut über zerbrochene Ehen und das Alter. Außerdem Abschied von der Alm. Wenn der erste Schnee auf die Gipfel fällt, ziehen Mensch und Tier zu Tal. Die Almabtrieb-Reportage. Schau in die Krone.